Als du so in Mias Alter warst, wofür hast du dich in dieser Zeit interessiert? Ich habe mich tatsächlich auch für Mr. President interessiert und war totaler Pop-Fan. Und ich habe viel so Leichtathletik gemacht, habe viel getanzt, ich war in so Dance for Fans. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt. Das ist jetzt wahrscheinlich das lebende TikTok. Früher hieß sowas irgendwie im Tanzkurs Dance for Fans. Das habe ich gemacht.